Okay, das nimmt der, ne, der nimmt aus dem lila Fläschchen was. Dann nimmt er was von dem Dünger. Und? Oh! Nein, möchte ich nicht. Ah! Jetzt habe ich es nicht gesehen. Oh, was gibt es doch gar nicht. Oh! Von dem lila Fläschchen. Dann von dem Dünger. Und von wo noch? Mist, jetzt müssen wir den nochmal, jetzt müssen wir gerade nochmal auf den warten. Ah, Verzeihung, Verzeihung. So, lila Fläschchen. Dünger. Dünger. Der nimmt ja nichts von der Kohle, ne? Und? Und? Und doch die Kohle. Aber die ist doch schwarz. Ich dachte, der... Ich dachte, der... Hm. Oder müssen wir das vielleicht doch in der Vergangenheit anmixen? Probier's nochmal. Fläschchen. Fläschchen. Dünger. Upsa. Und das gelbe Zeug. Damit müsste es doch eigentlich funktionieren. Tut es aber nicht. Tut es aber nicht. Und das gelbezelt. 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 Oder ist es nicht genug? Gelb Hm Oder ich nehme mal Anstatt dem Dünger nehme ich mal das Schwarze, weil das sah ja auch eher schwarz aus Also mal lila Schwarz Und gelb Na Okay Das mag alles nicht funktionieren Einmal gucke ich dem noch zu Wenn es dann nicht klappt, mache ich immer eine kurze Aufnahmepause Oder vielleicht auch eine längere Mal sehen Komm Professor Was nehmen Sie denn da für Ihre Rezepte? Lila Das ist ganz klar lila Und das ist der Dünger Und das ist die gelbe Box Warum mag das denn nicht funktionieren? Aber wir tun das schon da rein, oder? Wie das empfiehlt, denke ich mir einfach mal Und hier ist der Dünger Und das hier Das nehmen wir jetzt mit Und gießen Aber warum klappt das nicht? Hm Naja gut Ich mache dann an dieser Stelle mal doch eine Aufnahmepause Und dann sehen wir uns, glaube ich Dann in der nächsten Aufnahme wieder Wenn wir den Professor hier Und vor allem unseren Schlüssel bekommen Ich dachte, wir wären schon Wir wären ja durch Aber jetzt kommt hier doch noch eine Episode Und ich bin gespannt Wo uns das Spiel hinführt Ähm Jetzt haben wir so ein bisschen mal so eine Ahnung bekommen In was für eine Richtung es hier wohl gehen mag Äh Aber ich bin gespannt, was da noch kommt Jetzt bin ich wirklich gespannt Aber das erfahren wir dann wahrscheinlich schon Oder vielleicht schon In der nächsten Aufnahme Macht es bis dahin gut Euer Flo Tschüss So, hallo Und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück Bei The Great Perhaps Immer noch Im Alten Ähm Ähm Treibhaus Ähm Dingens hier Und wir müssen immer noch diesen Cocktail Dieses Pflanzenmittel Für unsere gute Blume hier Ähm Ähm Zusammen mixen Wir haben hier jetzt irgendwie so ein Ding In der Hand Jetzt habe ich es weggelegt Weil wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal von neu anfangen Und ich habe so ein bisschen Ähm Die Theorie Ich glaube, dass wir die richtigen Sachen Haben Aber Guck mal Ich nehme das jetzt hier mit E Das schwarze Ding zum Beispiel Und jetzt kann ich das mit E Nicht weglegen Aber mit F Mal gucken Ich tue jetzt Tue es jetzt mal mit E weg Das geht, ne Aber kann ich das auch mit F Wegtun Das weiß ich nämlich nicht Weil Gut, jetzt haben wir es, glaube ich, eh Äh Eh Verkackt Ähm Ich gebe der Blume das gerade mal zu trinken Das wird falsch sein Aber Ähm E F E F Ich versuche jetzt mal die Sachen mit E Da rein zu tun E So Das war nämlich Ich weiß es noch Dieses hier Ähm E Dann das Grüne hier Und das hier Jetzt nehmen wir die Kanne Und gießen das mit E Ja, es hat funktioniert Errungenschaft freigeschaltet Experte Gärtner Sehr cool Dankeschön, lieber Karl Und jetzt schließen wir hier einmal auf Und haben es geschafft Mensch, das ging schnell Ah ja, wir sind im Zoo Richtig Bad Wolf Der böse Wolf Ich weiß, bin mir Ja immer noch nicht so sicher Wo das alles hinführen wird Hier ist ein Automat Und hier ist ein Ein Kaubonbon Nein Hush, hush Little Bears Some African tribes Easily settle ostriches And use them In their daily life Also an ostrich Can kill a lion Uh oh Thanks Wikipedia That's not helping Just be careful When you try to settle it Das wird super Settle it? Actually That's not a bad idea Das wird super Kommen wir hier drauf Nein Oh, was war das denn? Oh, ich glaube ich stand irgendwo im Bauschutt Und das war, glaube ich, nicht so gut We need to leave The territory of the zoo Okay, können wir den vielleicht La 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 Na, komm an Ach Mist Ach, ich bin doch doof So, nochmal Ja, 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 ja La 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 Nimm mal mit hier Halt mal um Hush, hush, little bird Thanks What? La 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 Ja La 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 Wow, was ein wilder Rind Straußenbändiger Geil Cool Können wir hier rein? Wer wohnt denn hier? Der Zoo-Wärter? Sieht so, dass diese Tür verraten ist Oh, nein, ein Elefant Ich brauche einen Schlüssel Der Elefant ist eingesperrt Kommen wir hier durch? Glaub nicht, nee Ah ja, hier kommen wir rein Das kennen wir ja schon Den alten Trick Ah ja, zu Natürlich Aber sollen wir den Elefanten denn freilassen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher Ob das vielleicht jetzt so die allerbeste Idee ist Ach so, wir haben Den Elefanten mit seiner Mutter vereint Gut, das können wir hier mal öffnen Und das sieht aus wie ja Ozeanium oder sowas Also ein Aquarium Oh oh Okay Was, 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 was erwartet uns denn hier? Okay Oh Okay, wir können da auch nicht umschalten Eieieieieieiei Jetzt geht's hier aber los What the hell is that? Even I do not know What Hey Ich wollte mir das Gespräch erstmal anhören Was ist hier in der Kiste vielleicht was drin? Hallo Oh Ich renne mal kurz hier hinten hin So So Haha Master Trick Jetzt haben wir einen Teddybären Oh oh Hallo Brummi Oh Oh Ein Bären Ein Bären für den Bären The existence of Zeus is illogical No wonder all the animals here are so aggressive Wobei man auch sagen muss, dass Zoos auch für gefährdete Tierarten Natürlich ein Zuhause bieten und sie davor bewahren, ganz auszusterben Eine Welt, in der es keine Zoos gäbe, wäre natürlich super, aber Also für mich ist Erfüllend Zoos auch eine tolle Aufgabe, dass sie Tiere vor dem Aussterben bewahren So meine Ansicht Aber natürlich wäre es besser, wenn sie in Frieden draußen leben könnten Ein Mann Am Zebrastreifen Jetzt wird mir so einiges klar Ja Oh War War War